Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Portal 2 mit Tai. Hallo und dank mir haben wir keine Pfeile mehr. Heute leider nicht mit so einer schönen Begrüßung wie im vorletzten Part von dir. War die schön? Ja, die war richtig wunderschön. Aber du weißt es nicht mehr, du hast den Part noch nicht gesehen. Tja, tja, tja. Hä, ich bin... Wo gehst du denn hier weiter? Ähm, ist doch ganz leicht. Das weißt du wieder nicht, ne? Kriegst du wieder nicht hin. Nein, ich hab, glaube ich, wieder räumliche Probleme. Soll ich es dir zeigen, wie es funktioniert? Ja, dann zeig mal. Also, pass auf, du musst jetzt... Nein, 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 das... Ach, warte. Ja, so ungefähr, bloß... Mach mal das nochmal weg. Oder... Und jetzt mach das auch nochmal weg. Und wenn ich hochfliege, musst du es... Ja, ich kann das nicht wegmachen. Warte, wenn ich hochfliege, musst du da hinschießen. Okay. Jetzt. Öh, okay, gelandet. Gut. Ähm... Siehst du da oben irgendwas? Weil ich kann das von hier aus nicht sehen, ob da oben irgendwo weitergeht. Huch. Oh, ich bin auf dem Teil gelandet. Ähm... Jo, das ist so eine Sache, ne? Moment, ich kann noch... Ach, dort hinten, oder? Ah, ich seh schon. Hier oben geht's weiter auf jeden Fall. Moment. Ähm... Okay, ich spring mal. Warte. Jetzt. Wunderbar. Okay. Und jetzt kannst du hier hochkommen. Das sieht man voll schlecht von dort unten. Ja, genau. Ich dachte, das gehe nirgendwo weiter und das hat mich voll verarscht gefühlt. Okay, Vorsicht. Okay. Ach ja, klar, wir können ja dann einfach da durch. Ist logisch. Wunderbar. Also, ich bin am Ziel. Du brauchst ja mal so lange. Hey, komm, ich hab fast alles im Alleingang gemacht, dieses Mal. Dieses eine Mal. Ja, aber... Lobe mich. Lobe mich. Damit du auf deinem Kanal gut aussiehst. Lobe mich. Das hast du fein gemacht. Gut. Beim nächsten Mal noch etwas authentischer und dann ist okay. Und jetzt müssen wir uns wieder nach unten graben. Nee, ja. Weil unten ist der Ausgang irgendwo. Ah. Ich spring einfach runter. Okay. Also, waren wir da schon mal? Nee, ne, das ist was Neues. Richtig? Ja. Gut, dann komm ich auch. Aber du hättest vielleicht oben bleiben sollen. Warum? Wegen dem Strahl. Moment. Das wäre vielleicht einfacher gewesen. Wegen dem was? Wegen dem Strahl. Strahl? Ach, Quatsch. Das passt schon. Ähm. Mach mal dein Portal weiter hier hin. Ich verstehe schon. Wohin? Damit... Weiter hier in die Nähe. Damit wir quasi... So... Drauf kommen, aber nicht, wenn ich daneben springe. Ich hab's geschafft. Also, ich weiß nicht, wo dein Problem liegt. Daten generiert keine neuen Daten. Aber mach's jetzt nicht kaputt. Es verzögert nur das Unvermeidliche. Okay, ich versuch jetzt was Riskantes. Na! Oh! Also, du dürftest es so gut wie geschafft haben, wenn du jetzt nicht gestorben bist. Ähm. Ich war grad auf dem Weg zu dir. Und dann bist du schon weggesprungen. Und ich dachte mir, what the fuck, was macht mehr jetzt? Ja, ich wollte da rüber. Ich dachte, das schaffe ich. Ah, warte doch einfach das nächste Mal, bis ich da bin. Nein! Wie bist du da eigentlich hingekommen? Doch, weil dann hätten wir den Strahl weiter nach vorne machen können. Nein, 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 nein. Hey! So, das hast du jetzt davon. Okay, dann mach ich halt jetzt... Mach ich jetzt halt auch weiter ganz schnell. So, ohne Probleme und so. Verdammt. So, und... Vorne, so. So. Naja, wir haben ja mehrere Portale zur Verfügung. Aber ich glaube, das hätte man auch alleine hinbekommen. Mit ein bisschen Geschick. Das ist ja feige, einfach durchs Portal zu gehen, anstatt zu springen. Ja. Also Mut ist das nicht unbedingt. Ja, tut mir leid. Bin grad voll gegen mein Mikro gekommen. Da oben ist was. Ähm. Ähm. Welches setzen wir da am besten hin? Damit nichts passiert. Ich würde jetzt einfach sagen, dass du... Dein blaues Portal... Äh... Ja, wenn ich's dorthin setze, dann verschwindet ja der Strahl hier. Und wenn ich das... Versuch es mal, versuch es mal hier. Geht das? Ne, es bringt auch nicht weh. Ähm... Okay, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ähm... Ähm... Es ist so ne Kleinigkeit grade. Wie setzen wir die Portale... Also ich hab's schon gefunden. Ich weiß schon, wie's geht. Jaja, schon klar. Aber welche Portale verwenden wir? Du weißt wirklich, wie's geht? Ja. Okay, wie geht's? Das Problem ist nur, ich weiß nicht, welche Portale... Sag mir erst, wie's geht. Dann weiß ich vielleicht ne Lösung. Ja, haben wir dort ein Portal, dann kommen wir hier rüber. Und da ist der Ausgang. Ach ja, man kann ja immer durch die Portale laufen. Oh. Verdammt. Ja, okay. Okay. Okay, dann setz einfach dein... Ja, wie gesagt, wenn ich mein, ähm... Lilanes einsetze... Dann, äh... Geht das ja hier nicht mal weiter. Dann verschwindet das ja hier oben. Das stimmt. Und kommt hier nicht weiter. Wenn ich mein Blaues einsetze, dann verschwindet der hier... Und geht einfach nur von dort oben weiter in die Richtung. Ja. Aber wir kommen von dort oben, haben wir nicht die Möglichkeit, dort eins zu setzen. Wenn du dein rotes setzt, dann verschwindet kompletter Strahl. Ich hab ne Idee. Komm mal hierher. Komm mal runter da lieber. Wieso? Ich wär sowieso nicht in der Abgrund gefallen. Wie wär's damit? Jetzt haben wir deine Portale wieder frei, aber die können wir dann nirgendwo benutzen. Ach, verdammt. Oh, da kann man auch eins machen. Wo denn? Ah, okay, dann weiß ich. Achtung, du bist verquetscht. Da ist sogar ein Pfeil. So. Und jetzt? Und jetzt? Es ist doch ganz einfach. Ja, dann sag mir mal. Ja, mach du mal. Du musst ja jetzt Portale schießen. Hier ist sogar ein Fall, der zeigt nach unten und unten ist ne Plattform. Ja, dann müssen wir doch da raufspringen. Ist doch ganz... Ganz... Logisch. Ich hab's, ich hab's. Ich glaube es. Es könnte sein, dass wir wieder diesen Schwung brauchen. Dass wir quasi hier durch das Portal von mir fallen lassen. durch den Fall genügend Schwung haben, um da rüber zu kommen. Das heißt, du musst hier das Portal dann wegmachen, wenn wir drüber stehen. Ähm, vielleicht machst du das einfach mal und ich komm dann nach. Oder so. Geklappt? Ja. Oh, hier ist sogar ein Portal. Okay. Hier ist ne weiße Wand bei mir. Du brauchst das nicht machen mit dem Springen. Ach so. Gut. Äh, nee, das ist auch deins. Da ist deins. Okay. Ich hab deins grad gesucht, dein zweites. Gut, da durchkommen. Ach so, okay. Ha, ha. Hey, so oft sind wir gar nicht gestorben. Sind wir überhaupt gestorben? Ja. Ja, doch einmal. Ja, okay, ich erinnere mich. Ich bin dank dir zweimal gestorben. Die menschlichen Testsubjekte forderten für den nächsten Test Helme, um Hirnverletzungen vorzubeugen. Ich wählte die kostengünstigere Variante, tödliche Schmiere. Oh, ich mag Gladys. Guck mal, da haben wir wieder einen Fall. Guck, ich hab die nicht alle kaputt gemacht. Ich mein nur wegen dem Husten. Die haben da das Husten nicht gehört, weißt du? So, und jetzt lass mich rein hier. Aua. Ja, klappt sogar. Versuch's auch. Einfach reinspringen. Ja, ich hab eher... Komm schon, komm schon, komm hier hoch. Ja. Hier gibt's nämlich gar nichts. Komm einfach hoch. Hoch? Ich weiß gar nicht. Ah, okay. Hm? Ich weiß nicht so ganz. Das macht voll Spaß. Ja, das ist schön. Ich hab meine... Ich hab meine Freude. Und du? Äh... Geht so? Also hier bei mir ist noch eine weiße Wand. Warte mal. Ich hab sie gesehen. Autsch. Wo bin... Achso. Ja, du bist auf der anderen Seite raus. Hm. So, wo bin ich jetzt? Ich glaub, ich bin da, wo ich sein soll. Dann geh mal... In mein... Dingsportal. In mein blaues. In dein blaues? Ja. Das ist dort hinten. Ich glaube, sollen wir hierher? Mit oder ohne Strahlen? Ich hab keine Ahnung, wie wir hierher gekommen sind, aber wir werden wahrscheinlich den Strahlen noch brauchen. Naja, gut. Aber da ist ja eine direkte Abkürzung. Gelb. Ah, mit dem gelben hatte ich den Strahlen hierher gelockt. Ah, okay. Dann musst du das Rote... Mach das Rote einfach mal dorthin. Ah ja, klar. Klar, klar, klar. Manchmal ist es schwierig. Wohin denn? Genau. Wo bringt es uns was? Ähm... Oh. Ja, wahrscheinlich hier, oder? Oder hier? Hier könnten wir eigentlich rüberspringen, glaub ich. Wenn wir jetzt zurückgehen... Nimm ich an. Und dann einfach ins Gelbe. Kommen wir ins Gelbe einfach so rein? Nicht so wirklich, ne? Außer du machst... Ich weiß nicht. Ähm. Verdammt. Das hätte beinahe funktioniert. Hm? Was? Ja, ich weiß. Ich könnte was machen, aber... Macht so Spaß hier. Wir wollen das aber lösen. Aufzuspielen. Wir müssen ernst sein. Nein, ich spiele aber gerne Portal. Bei Netz, das funktioniert. Wieso spielst du nicht gerne Portal? Weil ich es mit dir spielen muss. Das war jetzt... Übel. Red nicht mehr mit dir. Warum springst du da rauf? Da ist... Nicht... Ich wollte nur runterspringen. Hä? Wie... Was machst du hier? Ich hatte doch da drüber das Portal. Bin in das Blaue rein und dann hier wieder rausgekommen. Und wo ist das Blaue? Da hinten immer noch? Ja, immer noch da hinten. Okay. Ah, jetzt habe ich es. Okay. Gut. Schafft man das? Gehst du da bitte weg? Ah, ne, warte. Okay, alles gut. Hattest du jetzt Angst, du fliegst runter? Ja, ich dachte schon, da... Nein, von dir war der Strahl. Ja, habe ich dann auch gemerkt. Da rein. Da raus. Ganz einfach. Oder? Nichts oder. So, und jetzt? Da gelb hin. Du kommst hier nicht mehr hin. Und? Nein! Oh Gott, das war dumm. Ähm, ich sage dazu gar nichts. Ich habe die Aussicht genossen. Hast du es mit angeguckt? Oder hast du... Nicht ganz. Okay. Wo bist du denn gerade? Ich habe mich versteckt. Weiß nicht, wo ich bin. Ich habe gerade was gehört. Hey. Hä? Du guckst gerade auf das blaue Portal. Hallo. Du bist gerade voll... voll erstaunt darüber, oder? Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Aua, lass mich wieder raus. Ich glaube, ich habe den Portal wieder weggemacht. Ja, du hast das verkehrte Portal gesetzt. Du wirst mich manchmal, echt. Ja, gut. Dann erfülle ich ja mein Ziel. Und jetzt? Ja, und nu? Schon her. Soll ich hier durchgehen? Ja, weil ich komme an dir nicht vorbei. Ähm. Welches muss ich setzen? Muss ich überhaupt einsetzen? Ist egal, ne? Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach aus. Ich weiß nicht. Wohin? Also da ist wieder ein Pfeil. Wir müssen wahrscheinlich dort nach oben hin. Aber dort ist auch noch was, wo wir wahrscheinlich... Also ich bin irgendwo, wo es irgendwie keinen Sinn macht zu sein. Aber ich frage mich, wozu gibt es die sonst? Vielleicht kann man die ein bisschen... Also ich nehme ja an, ähm... dass man durch dieses... durch dieses Hochkatapultierteil, ähm... Von dem kommt man nämlich hier rüber. Aber... Das reicht ja nicht für einen Schwung, um von dort dann wieder dort hinzukommen und dann dort drüber und... Mhm, schon klar. Ja, weil der Pfeil sagt, wir müssen dort lang. Dort. Ja, aber Pfeile haben nicht immer recht. Erinnerst du dich noch, dass sie gesagt hat, es gibt keine Pfeile? Und warum sehe ich dich zweimal? Das ist gruselig. Wenn du aus meiner Perspektive mal guckst, siehst du, dass du zweimal da bist. Warst eben. Bei mir kann man gar nicht genug haben. Doch, 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 doch. Ne, 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 ne. Ähm... Lass mich mal bitte vorbei. Okay. Ich laufe dir einfach hinterher. Dann sieht es so aus, als wenn ich das auch gewusst hätte. Hier war ich auch schon. Also wir kämen quasi hoch, wenn die Decke nicht wäre. Ja, wenn die Decke nicht wäre. So viel habe ich auch schon erkannt. Das hätte ich auch so hinbekommen. Ganz toll. Ich habe ganz viel Zeit verschwendet. Und vor allem, dass da ein Teil ist mit dem Männchen für Ausgang und so weiter ist auch irrelevant. Lass mich durch. Das heißt trotzdem, dass der Pfeil lügt. Das wird nichts bringen, weil so weit du da durchgehst, gehen die Dings weg. Richtig. Ja, und wo führt dich das hin? Hier rein. Ja, da warst du vorher auch schon drin. Aber jetzt habe ich ja den Plan, weißt du? Oh, nicht reinfallen. Nicht reinfallen. Alles gut. Und was hast du für einen Plan? Den hier zum Beispiel. Ja, und jetzt Ich habe keine Ahnung, aber es hat funktioniert. Das hat dich kein Stück weiter gebracht. Doch, ich kann jetzt hier wieder rauf. Ja, und was bringt es dir? Ach, komm. Siehst du, ich bin weiter als du. Wieso? Ich bin direkt hinter dir. Ja, aber ich bin schon hier. Ich bin schon ein weiter. Ja, das war dumm. Mal wieder. Ach, okay. Ich habe eine Idee. Okay. Wie blöd kann man sein? Wie blöd kann man sein? Kann man bloß sein? Wir müssen den Schwung nutzen. dein Portal ist weg. Ganz toll. Ja, nein, komm mir nicht hinterher. Komm mir nicht hinterher, habe ich gesagt. Hallo, ich bin hier. Ich habe gehört, ich soll herkommen. Das ist so blöd. Weißt du, anstatt mir erklären zu lassen, was ich vorhin habe. Erklär, okay, erklär. jetzt, jetzt, Da bin ich wieder. Hallo. Also, ich habe doch gesagt, wir brauchen den Schwung für, um darüber zu kommen, um das dann zu nutzen, etc. pp, ne? Ja. Und, ähm, wir kommen da auch wieder zurück, wenn wir zum Beispiel hier unten diese Portale setzen und dann auf der Seite. Ja. Ich weiß, worauf ich hinaus will. dann kann man den Schwung nämlich wirklich nutzen. Genau, hast du gut gemacht? Ja, ich habe es verstanden. Dann kann man, kann ich nämlich den Schwung nutzen. Ähm. Ah, okay, ja. Warte, lass mich machen. Du musst. Ich habe doch das Portal gesetzt gehabt. Ich lag dann doch hier drin. klar, klar, ja, klar. Ich wollte eben über drei Ecken irgendwie. Keine Ahnung. Schon klar. Und dann sind hier und es löschen sich doch meine Portale. Wo bist du jetzt? Da drüben. Ja, jetzt muss ich kurz nur gucken. Ja. Ah, okay. Ähm, jetzt muss ich nochmal zu dir zurückkommen. Okay, und wie? Damit ich wieder dort an die Decke, ähm, das andere Portal setzen kann. Weil das löscht sich doch automatisch, wenn du da durch die ganzen fliegst. Und ich hoffe, das löscht sich hier dann nicht. Beziehungsweise, du kommst auf jeden Fall rüber. Okay. Soll ich irgendwas tun? Ähm, ja, hier zu meinen Füßen, dort den Strahl, genau. Ja, dann kannst du auch zum Gelben laufen, ohne Probleme. Japp. Und wenn du da drin bist, setze ich den Roten einfach hier hin. Ich glaube, wir machen das wieder viel zu kompliziert, aber komm schließlich. Du kommst über den Gelben wieder zurück. Ja, aber wenigstens kommen wir voran. Ja, es sieht nach einer Lösung irgendwie aus, ne? Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich durchfliege, könnte es sein. Ja, okay. Ähm, geh du als erstes. Ja, klar. Und dann kommst du hinterher. Dann bleibt das Portal nämlich und meins verschwindet erst dann, wenn ich dort raus bin und schon im Flug bin. Und komm dann auch gut. Sehr gut, wir haben es geschafft. Wenn alles noch aufregender wird, bat ich die Montageeinheit, euch nicht neu zu montieren. Sie lehnte ab. Verständlich. Das wäre, als würde man mich bitten, mit den Testen aufzuhören. Ich habe schon wieder vergessen, den Countdown zu starten. Mensch, du vernachlässigst deine Arbeiten. Ja, ich habe mir, ich war mir sicher, ich habe ihn gestartet. Ja, hast du aber nicht. Ganz toll. Das habe ich gemerkt. Und jetzt? Sind unsere Zuschauer traurig? Weil sie einen ganz langen oder einen ganz kurzen Part haben? Ich sehe auf deinem Kanal. Ja, super. Super. Lasst uns jetzt das Brückenbauen üben. Die Menschen hatten hier traurige Ergebnisse, vor allem, weil man mit Tränen keine Brücken bauen kann. Jemand kann mit Tränen keine Brücken bauen. Ja, das probieren wir doch mal aus. Dann fang mal an. Los, komm. Ich habe Tränen. Ich habe das Gefühl, du mobst mich. Ja, ich auch. Weil du, du mobst mich doch. Du mobst mich. Ja. Ich komme nicht. Du kommst da durch. Ich mag nicht weitergehen. Ich wollte dich zerschneiden, aber es hat nicht funktioniert. Ich mag nicht weitergehen. Warum nicht? Guck doch mal, guck doch mal, was da ist. Sind das wieder so eine Viecher? Ja. Okay. Ach so, okay. Dadurch, dass du die Wand dort gesetzt hast, machen die uns gar nichts. Ja, weil ich schlau bin. Das wusste ich doch im Voraus schon. Genau. Oh, jetzt haben die angefangen zu ballern. Wuh! Ey! Ja, bei dir an der Treppe wäre das ein erfolgreicher Test gewesen. Ja. Du hättest es noch nicht wegmachen sollen. Ach so, Moment, du musst erst mal hochkommen, ne? So, jetzt komm hoch. Ja. Warte. Ich weiß doch schon, wie es hier weitergeht. Kein Problem. Ja, weil da ist an der Seite mich ja auch nochmal. Ja, genau. Bist du schon durch? Nein, noch nicht. Ich hab gesagt, nein, noch nicht. Ja, ich weiß. Aber ich brauche ja Tränen für den Brückenbau. So, jetzt setzt du dein Portal hier, an der Seite. Hier, vorne. Also, von der anderen Seite. Ja. Und jetzt da hinten. Da hinten. Ach so, da ist auch eins. Okay. Gut. 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 Oh, lauf! Wir haben geschossen. Ja, aber es hat nicht wirklich wehgetan. Ah, okay, wieder so ein leichtes Rätsel. Gut, das kriegen wir ohne Probleme hin. Ja, ne? Total. Oh, hier unten ist schon mal ein Weg. und haben wir irgendwo hinter uns? Ja, setz mal einen höher, setz mal da oben drauf, genau. Ach. Komm, lass mich hier rauf. Oh, pass auf. Pass, pass aber auf, ne? Oh ja, ich seh schon. Du musst denn da, wo ich stehe, also du kannst ohne Probleme rüber, du musst nur schnell bei mir, zu mir in die Ecke. Wo bist du denn grad? Hier. Ach, hier. Und, ähm, am besten hier wahrscheinlich ein Portal setzen, oder ich mach das. Weil es geht doch ähm, hinter mir, damit wir auch vorbeikommen. Ja, ja, okay. Jetzt setzt du mal eins, wo wir langlaufen können. Ja, warte. Oh, Vorsicht. Ähm. Einfach hinter dir zum Beispiel. Achtung, nicht sterben. Nicht sterben. ja, 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 mein Gott. Genau da. Mit Geduld. Gesterben. Ja, warte mal, bei mir leckt es gerade. So, jetzt. Es hat nicht zu lecken. Ja, tut mir leid, aber es macht's. Oh, wir, wir brauchen noch den Knopf. Schalter. Ja. Ähm, das wird nicht nett. Nee, das wird's allerdings nicht. Und wo kommt die raus? Hier, oben. Hm. Ähm, okay. ist... Meinst du, das hat mit Timing zu tun oder man kann die wieder komplett ausschalten? Also, ich glaub nicht, dass man die komplett ausschalten kann. Ich wüsste auch grad nicht wie. Kann man wieder die auf sich schießen lassen? Nee, ne, das geht diesmal nicht. Nee, nee, das geht nicht. Okay, von wem kommt denn das Portal? Von mir, ne? Ja, das ist was versperrt. Willst du dann versuchen, also ich mach das dann, äh, wo mach ich das hin am besten? Ja, das Blöde ist, ich weiß nicht, ob der bleibt oder runterrollt. Warte, du könntest jetzt sterben, es ist nur ein Experiment. Ja. Okay. Genau, jetzt wo es leckt. Okay. Okay, geht's grad? Warte, warte. So, jetzt hat sie wieder eingekriegt. Ja, warte, die zielen gerade auf dich. Nee, die zielen an mir vorbei. Ja? Die zielen einfach nur gerade aus. Okay, auf drei. Eins, zwei, vier, Moment, irgendwas war da falsch. Eins, zwei, drei. Nein, du hast dich ausgesperrt. Ja, das war ein bisschen, ich hab die Orientierung kurz verloren. mit meiner Maus. Nein, nein, wow. Meine Maus hat einfach die ganze Zeit Portale geschossen, ich hab nichts gedrückt. Ja, und jetzt kommst du irgendwie wieder rüber von alleine. Ich hoffe. Ich muss die gleich mal wegmachen, ne? Geh mal da lang einfach. Ähm, in Richtung Ecke. Moment, ach, das ist gar keine, komm, bist du vorbeigekommen? Nee, ich bin, ich bin, jetzt bin ich vorbei. Okay. So, und welches hatte ich gemacht? Achso, äh, das da. So, aber ich glaub, der Ansatz war gar nicht mal so schlecht. Nee, ich glaub, das klappt an sich auch, aber du hast, du hast ein Portal wieder geschossen, ne? Du darfst dich nicht selbst schützen. damit ich, äh? Nein, ich schütze dich dann gleich wieder. Du musst einfach bloß wieder zurück. ich muss doch hier rüber kommen. Wo rüber? Ja, hierher. Da ist Abgrund nun mal so nebenbei. Ja, 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 ist klar, du machst einfach gar nichts. Du drückst nur den Knopf und rennst wieder dahin zurück, wo du gerade bist. Mehr nicht. Ich weiß. Okay, ja, aber du hast ein Portal geschossen und dich damit ausgesperrt. Gar nicht wahr. Oder war ich das? Ach, keine Ahnung, okay. Du hast das Portal geschossen. Ich war, äh, orientierungslos und kam gar nicht mehr rechtzeitig zurück. Okay. Da hast du mich ausgesperrt. okay, eins, zwei, drei. So. Ich hab dich beschützt, okay? Ja, mal zur Abwechslung. Ausnahmsweise. Du hast mich nicht ins Verderben rennen lassen. So, soll ich das wegmachen? Können wir da einfach durch? Ja. Okay, los, lauf. Auch diesen Test hatte vor euch noch niemand bewältigt. Oh, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Test geliefert hat. Jetzt ist er nutzlos. Wunderbar. Glaub ihr nicht so ganz, dass es noch niemand geschafft hat? Kennen Leute, die das schon im Multiplayer gespielt haben? Kennst du, ja? Ja. Ich dachte, wir sind die Ersten. Wenn ich so die Kommentare lese, die haben auch alle keine Ahnung davon, also sind wir schon die Besten und Ersten wahrscheinlich. Ja, total. Falls ihr euch über den Geruch wundert, so riecht menschliche Angst. Der Geruch fehlt mir. Ich würde einfach mal sagen, wir machen hier den Schnitt. Ach, das hast du zu unterscheiden. Ja, ich denke, das ist mein Part. Das war eine Frage, das war das Fragezeichen, weißt du? Mhm, mhm, jetzt willst du meinen Kanal noch übernehmen, ja? Ja, jedes Mal am Ende, jedes Mal am Ende haust du sowas raus. Also, sei froh, dass ich keine Pfeile wieder verschwinden lasse. Ach, nee, 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 ich weiß nicht, wie lange ich noch mit dir zusammenarbeiten kann. Das geht so nicht weiter. Bis wir das Spiel durch haben. Warte, lass mich das finden. Was war das? Was war das? Was war das? War es das hier? Nein, nein, das wollte ich. Ach, du warst sogar schneller noch. Ich habe auch gerade irgendwas gemacht. Ich dachte gerade so, hm, lass mich das finden, lass mich das finden. Ach, was, mal. Ist das das hier? Ja, der lag. Ja, okay. Das ist zu klein. Okay, gut, dann würde ich sagen, dass wir den Part hier an dieser Stelle beenden, war meine Idee. Und, äh, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal bei Tidern wieder, am Dienstag. Genau. Ja, und dann werden wir hier weiterhin so wunderbar im Team zusammenarbeiten und das Ganze lösen. Ja, das ist, ja, genau. Ja. Wolltest du noch irgendwas erwähnen? Nein? Nö, nö, nö. Mir ist nur aufgefallen, dass hier auf der Karte abgebildet ist, was wir, was im Level uns erwartet scheinbar. Ah, okay. Auch interessant zu wissen. Ja, ne? Ja. Schöne Bilder. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.